Kaum zurück. Aber bei diesem Aufnahmeprogramm habe ich mehr FPS als bei Bandicam, ehrlich. Ich weiß nicht, soll ich mir einen Banshee tun, Benni? Diese, diese Dodge. Was niedrigste, der in falschen Willen... Ah, das könnt ihr allein machen. Benni. Wieso? Ich mache das auch schon allein. Ich hole mir schnell einen Jet. Okay. Ah, Rudi, machst du nicht? Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Bam. Bam. Ah, okay. Welche? Ich folge dir, okay? Was ist ein Frogger? Mach schnell. Ach, das sind ja 10 Minuten. Ich stelle ein Helikopter irgendwo hin und falls wir sterben, können wir dann einfach... Ich bin bei Dings, bei diesen russischen Typen vorbei. Ich mache die Challenge mit dem Hydra. Ich mache die Challenge mit dem Hydra. Ich mache die Challenge mit 10 Meter. Hah, 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 hah. Und was können wir dir heute Abend? Hier oder was? Ja. Warte schon. Parkieren noch. Verdammt! Dein Ernst? Oh. Okay, meine Hydra ist für diese... Hast du nicht geschafft. Nein, zu spät. Bruh. 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 Die anderen sind sicher voll verwirrt. Schalt einfach eine. Ich hab eine Hydra. Okay. Wow, du hast vier Meter. Warte, muss man am höchsten oder am kürzesten? Kürzesten. Ehrlich, wieso hab ich dann eine Hydra genommen? Keine Ahnung. Egal, ich probiere es nicht an. Guck mal, ich sterben alle. Guck mal, da kommt jemand. Daniel, bist es du? Ah, du bist gestorben. Okay. Was? Ich bin gar nicht tot. Danke, Daniel. Ludwig, du bist nicht weg. Das ist nice. Äh, lol. Toll, ich bin jetzt über den Wolken. Äh, ich parkiere den Helikopter ein bisschen weiter vorne, weil es voll unnötig ist, dass er so weit hinten ist. Benni, 94. Wow. Das schaff ich nicht. Ich probiere es. Ich probiere es. Kurz vor dem Boden. Guck mal, Daniel. Vier Meter. Fuck. Lick mich. Ich bin tot. Ich bin tot. Richtig. Garockele. Er hat es jetzt gemerkt. Name ist cool. Zwei. Okay, das ist nicht möglich. Das ist wirklich nicht möglich. Florian Gurke. Drei Meter. Okay, das ist möglich, Daniel. Loll. Hä, wie kannst du die ganze Zeit Dings? Diese Sprünge machen? Ja, Brücke. Richtig. Richtig, n***a. Was ist das Nummer? Richtig, n***a. Was ist das Nummer? Die sind am Sterben. Beste wäre ein Meter. Was? Okay, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Alter, ich will nur zu den Windrädern. Verdammt. Das war knapp. Das war zu. Ey, ich versuche es bei den Windrädern jetzt. Loll, hier zum Flugzeug. Loll, ich bin beim Flugzeug gespawnt. Ja? Ja. Loll. Ach, da sind die Windräder. Whee. Was ist hier explodiert? Fuck. Das bin ich gewesen. Verdammt. Ey, wieso spawnen nicht am Flugzeugen? Ist doch gut. Nein. Hi. Ja. Bin ich schon, schon? Ich denke schon, ja. Ich denke schon. Was soll das denn jetzt? Okay. Ja, dann kommen wir schon. Ich habe ein paar Versuche hier. Okay. Ich habe höchstens noch drei Versuche, um das zu schaffen. Ja, das ist schon, ja. Okay. Voll ruhig hier oben. Okay. Ich habe kein Fallschirm. Ehrlich. Ey, wenn man schon so ein Event macht, sollte man einfach unendlich Fallschirm haben. Meine Güte jetzt. Ich kann die Challenge nicht mehr machen, ey. Ich bin raus. Geil. Hä? Rudi, das muss ich dir nicht gefallen lassen. Shit. Erst mal Capro da drauf machen. Ich weiß noch, als wir in GTA Dings gespielt haben. Rudi, er war so ein Entführer. Hm. Benni, als wir die uns entführt hat und so in GTA. Weißt du noch? Mhm. Okay. Ja, weiß ich nicht. Okay. Hm. Okay. Nicht. Okay. Ich bin gerade unterwegs hier, weißt du. Okay. Okay. Was? Ja. 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 Je nachzschwede. Nein. Ah. Ew. Was? 0,6? 0,6. Freitag. Oder am Wochenende? Ey, Rudi. Rudi, wer nennt sich bitte Florian Gurker? Mhm. Kannst du es wählen? Mir ist egal, welcher Tag. Hä? Okay. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Ja, klar. Okay. Okay. Viel Spaß. Tschüss. Warum? Warum? Rudi, ich hol dich ab. Dann komm doch. Oh. Ich habe Kabrio. Okay. Tschüss. Daniel. Ja. Vorhin bin ich aus dem Flugzeug gestiegen. Und ich kann wetten, das wäre auch um einen Meter oder weniger gewesen. Aber es hat ihn einfach nicht gezählt, habe ich nicht verstanden. Weil er auf dem Arsch gelandet ist und dann ist er weitergelaufen. Hoppa. Und der Scheiß. Und ich bin einfach in der Luft explodiert während dem Fliegen. Bin behindert. Einfach, du bist tot gestanden. Äh, wo seid ihr? Nee, fahr nicht weg. Wir kommen gerade. Mit einem geilen Auto. Ja, mit einem Mexikaner-Mobil oder was? Nein. Mit einem Smart? Genau im gleichen Auto. Dein Herz! Aber wir haben Bullen. Ich nicht. Ich kann auch verstehen, wieso ein Bullen hat. Ich kann auch verstehen, wieso ein Bullen hat. Ein Auto. Wie cool. LOL ich hab Pullen! Was bist du? Assi! LOL AWING! AWING! Ich hab keine Bullen mehr. Wollen wir Laden ausrauben? Nein Ey Daniel Daniel Daniel! Ludi Ludi Ludi! Folgt mir! Warte wir müssen erstmal hoch. Wir haben Bullen, warte Ok Wenn ich seh dich Wo bist du? Hä? Wo bist du? Wieso sehen uns die Bullen? Wir müssen uns eigentlich... Alter diese Insektennerven die hier im Zimmer rumfliegen Ok keine Bullen mehr Ah ok Jetzt waren wir wieder Bullen! Was soll die Scheiße? Hä? Komm fahren wir einfach durch Ey lass mal diesen Florian töten Wer ist das? Keine Ahnung! Der Name regt mich irgendwie auf Der ist 58 50 Alter ist das hier unten rutschig Alter ist das hier unten rutschig Rudi YOLO Du musst damit in Spay in Spay fliegen Alter Alter Das Antwort Unser Reifen blockiert Unser Reifen blockiert Du musst rein fliegen Rudi dein Ernst Ich find den Mini Cooper irgendwie voll geil Hä? Der Mini Cooper ist irgendwie voll geil Ich weiß Ich hab einen Mini Cooper Ich bin mir gar nicht sicher Ich hab einen Mini Cooper Ja du hast einen Nein nicht den den ich fahre Ich meine ich bin der Asche Oh mein Gott Bye bye Hydra Och Wieso willst du eine Hydra verkaufen? Wieso willst du eine Hydra verkaufen? Das kann man nicht verkaufen Das kann man nicht verkaufen Lol Hahahaha Äh Okay Wieso sind ihr da? Okay wir fahren lieber hoch Ich fahr auch rauf Hier zogen Sollen wir uns Quatsch holen? Oh fuck Wow Wart mal Rudi Und Daniel kommt mal schnell Ich will euch nur schnell etwas zeigen So Lernverlernt hier Hier ist voll rutschig Wir müssen langsam hoch Da könnten wir eine voll Geile Bullenschlacht machen Wo bist du? Jetzt hab ich Sterne Hä? Wieso hast du immer Sterne? Wieso hast du immer Sterne? Ich hätt immer so komisch Dann rede ich jetzt mal Normal Wir spielen jetzt real life Rudi Wir müssen zur Werkstatt Ah guck mal hier ist es Lol Lol Hast du das gesehen Rudi? Ding Ding Was ist passiert dann? Ja Die Bullen Bleiben auf der Autobahn stehen Einer steigt aus Der andere steigt wieder ein Lol Das behindertes Insekt Alter Wieso bleiben die immer stehen? Nein Ja ich hab Monster Truck Soll ich bestellen? Aber kommt mal schnell Oh fuck Ah guck mal viele Bullen Nein Komm mit dem Bullen genau dahin Warte ich hol mir Monster Truck Hallo Hallo Du bist mit Pegasus Lifestyle Management Wie kann ich mich helfen? Marshall Danke Sir Ihr Spezialist Vehicle ist jetzt bereit für uns Wir sind jetzt in der Pickup Station Woher wissen die eigentlich wo wir immer lang fahren? Das ist so unlogisch Warhacks 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 Weißt du? Daniel Ok ich hab meinen Monster Truck Mit dem Monster Truck kann man über Wasser fahren Oh oh Mit dem Monster Truck kann man über Wasser fahren Was ist die Hölle los? Komm mal zu mir Ah ich muss ruhig die abholen Ich muss auch die Bullen erstmal loswerden Ok Es ist egal wenn du Bullen hast Vorsicht den Geisteszustand Ja ja Erstmal Lester anrufen Ah ich hab keine mehr Ich hab gemerkt Rudy du bist auch weiß Bin ich auch weiß? Daniel? Hä? Ist mein Geistes Zuschauen auch weiß? Keine Ahnung Ach Rudy hat nen Liberator Ich hab nen anderen Oh die beiden Motor Truck Kann man über Wasser damit fahren? Ich hab keinen Monster Truck Also ich hab keinen Monster Truck Also ich hab keinen Monster Truck Aber ich hab noch nen Lastwagen Großen Den Kipper Den Kipper Und zwar kann ich mir noch nicht leisten Das müsste ich ihm durch die Mission machen die noch bereit steht Die Vorbereitungen sind alle gemacht Guck im Chat Benni Ja Ich fahr aufs Meer hinaus Rudi Och Meiner kann nicht über Wasser fahren Ja aber wollen wir hier mal Oh oh Ich komm mal zu euch Das sieht so dumm aus ne Wenn man in Innenperspektive fährt Oh kacke Oh kacke Oh kacke Oh kacke Mini Cooper Ich komme ich komme Och man Ihr seid ja hier Kommt rein kommt rein Schnell 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 Ich zeig euch jetzt was hier drin Ich kann grad nicht Ich werd abgeschossen Wieso Es gibt einen speziellen Raum Ja dann la La Werd doch erstmal die Bullen los Die sollen hier reinkommen Fuck Fuck Achtung Rudi Hallo Der schlägt hier Alles geil Was ist los Och lol Das hab ich heute gefunden Bei Einzelspieler Ach kann man Dings Man kann dort reingehen Und sich barrikadieren Wow Und ich war geil Warte ich komme rein Warte ich komme rein Warte ich komme rein Achtung Da ist ein Buller mit der Schau Hau ab Ey ich hab Bullen Ich hab einen Stern Ich nicht Wieso hab ich einen Stern Ich hab gar nichts gemacht Das sind zu viele Ey der eine Bull versteckt sich an meinem Reifen Verdammt Ich könnte alles in die Luft jagen Oh Rudi schreibt Okay 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 Liberator Welcher ist das? Liberator Der alte ist das amerikanische Ah okay Hey Okay Aber werde ich denn nicht rausgeschmissen Was ist das? Neu Dings Warte mal Mutwilliger zu sterren Das ist geil Das ist geil Wir barrikadieren uns irgendwo Das ist perfekt Wenn wir uns so viel kaputt machen Wie möglich Ja der hol ich für die Wann Buzzard Ja ich hol mir auch einen Wir gehen gleich dann mit dem Monster Trucks ne Rudi Ich will auch einen Buzzard Wie krieg ich einen Buzzard? Fuck Könntest du bitte wegfahren, Benny? Glaub mal Heheh Verdammt Verdammt Oh Mann Ich brauche kein Helikopter Okay Moment Ah ich kann Pegasus nicht anrufen Ich fixe den Flughafen Ich fahr Kann ich jetzt einen Monster Truck zerstören? Zerstören? Ja, ich meine, ohne Munition dafür auszugeben Warte mal, ich fahre zuerst zum Flughafen, dann zerstöre es, okay? Bin auch gleich da Ich finde die Flacken für lustig Dein Ernst? Wir müssen rum Ich will einen Buzard Ach, jetzt wurde ich ausgeschmissen Oh Gott, das fängt gleich an Und hier ist kein Heli Lol, 100.000 Moment, ich muss im Passiv raus Rudy, wie machst du das? Ach Er hat sein Helikopter Warte, ich zerstöre mein Dings Ja, ich auch Oh, jetzt öffnet sich die Tür Leck nicht Ach lol Guck mal Ja, ich zerstöre mein Dings Ja, ich zerstöre mein Dings Das ist das, ich zerstöre mein Dings Vielen Dank.